Grün ist Leben. Grün ist gesund. Grün macht glücklich. Die Landschaftsgärtner wissen das ganz genau. Kombinieren gekonnt, leuchtendes Grün, gepunktetes Grün, helles und dunkles Grün. Der Garten wird zur Leinwand. Die Experten im Garten- und Landschaftsbau mischen die Töne. Und zwar so, dass es immer grünt. Zu jeder Jahreszeit. Das Spiel von Licht und Schatten wird ganz gezielt geplant. Unterschiedliche Blattstrukturen und Blattformen treten stärker hervor. Grün beruhigt. Hier wurden durch eine perfekte Kombination aus Trennwänden, Hainbuchenhecken und Accessoires grüne Räume geschaffen. Die Experten im Garten- und Landschaftsbau empfehlen, die belebende Wirkung des Grüns mit dem Sand und Plätschern von Wasser zu mischen. Für kleine Gärten eignen sich Brunnen. Wer mehr Platz hat, lässt sich einen Schwimmteich bauen. So kann man ganz eintauchen in den grünlich glitzernden Glanz des Wassers. Platz für Grün ist überall. Mit genügsamem Sedum auf Dächern schafft der Landschaftsgärtner neue Lebensräume. Eines der schönsten Grüns zweifelsohne der englische Rasen. Allerdings muss man den mindestens einmal pro Woche mähen. Aber auch dafür hat der Landschaftsgärtner eine Lösung parat. Wie entspannend! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020